Die gesetzliche Rentenversicherung zahlt bei Tod des Ehepartners unter bestimmten Voraussetzungen eine Witwenrente. Was passiert aber mit der hinterbliebenen Rente bei Wiederheirat? Und was ist, wenn die neu geschlossene Ehe nicht hält? Antworten auf diese Fragen bekommen Sie in diesem Video. Hallo zusammen, liebe Zuschauer. Ich bin Jutta Martin. Lassen Sie gerne ein Abo da und schauen Sie sich das Video bis zum Ende an. Sichern Sie sich auch eine Gratisanleitung unter diesem Video. Es ist ein schwerer Schicksalsschlag, wenn der geliebte Partner stirbt. Zur Trauer über den Verlust des Partners kommen oft noch Schriftwechsel, zum Beispiel mit Versicherungsunternehmen, Telefonanbietern und sonstigen Behörden und manchmal auch finanzielle Sorgen, dazu oftmals regelrechte Existenzängste. Der geliebte Partner ist durch nichts zu ersetzen. Die Witwenrente soll den Verlust des Einkommens des verstorbenen Partners ausgleichen. Doch bekommt jeder Verwitwete auch eine Witwenrente? Ganz klar nein. Die Voraussetzung für die Zahlung einer Witwenrente ist die, dass der verstorbene Ehepartner mindestens fünf Jahre in die gesetzliche Rente eingezahlt hat oder bereits selber eine Rente bezogen hat. Eine weitere Voraussetzung ist natürlich, dass man mit dem verstorbenen Partner verheiratet war und zwar mindestens ein Jahr. Eine Ausnahme gibt es bei Unfalltod. Es spielt keine Rolle, ob man mit dem Partner zusammen oder getrennt gelebt hat. Für die eingetragene Lebenspartnerschaft gilt das natürlich auch. Die Witwenrente bekommt man allerdings nur auf Antrag. Die Antragsunterlagen erhält man bei der Deutschen Rentenversicherung. Zusammen mit dem Antrag müssen sowohl die Heiratsurkunde als auch die Sterbeurkunde mit eingereicht werden. Wer nun das ganze Prozedere hinter sich hat, bekommt die kleine oder große Witwenrente. Viele gehen davon aus, dass sie jetzt den Rest ihres Lebens allein verbringen müssen. Wie das aber so im Leben unverhofft passiert, wird der eine oder andere von Amos Pfeil getroffen und hat sich wieder verliebt, fühlt sich eng mit dem neuen Partner verbunden. Es fühlt sich gut an und es werden Hochzeitspläne geschmiedet. An dieser Stelle überlegen viele, dass sie wegen der Witwenrente nicht wieder heiraten werden. Warum sollen sie dem Staat etwas schenken? Mit der erneuten Heirat endet nämlich der Anspruch auf Witwenrente. Aber nicht alle denken so und möchten Nägel mit Köpfen machen. Sie heiraten. Sowohl die kleine als auch die große Witwenrente enden bei Wiederheirat und zwar mit Ablauf des Monats, in dem man wieder heiratet. Ganz wichtig ist, dass sie bei Wiederheirat eine Witwenrentenabfindung beantragen können. Die Abfindung der Witwenrente beträgt den Durchschnitt der Höhe der Witwenrente der vergangenen zwei Jahre mal 24 Monate. Kleine Witwenrente gibt es eh nur 24 Monate. Die Zahlung der Abfindung erfolgt nach Vorlage der neuen Heiratsurkunde beziehungsweise Lebenspartnerschaftsurkunde und einem formlosen Antrag. Die Abfindung von 24 Monatsrenten der Witwenrente ist komplett steuerfrei. Das ist im Einkommenssteuergesetz geregelt. Und das ist ja wirklich mal etwas Positives. Was ist aber, wenn die neue Ehe aufgelöst wurde? Durch Tod des neuen Partners, durch Scheidung oder auch durch Aufhebung der Ehe oder Lebenspartnerschaft. Dann kann man erneut einen Antrag auf hinterbliebenen Rente und zwar einen Antrag auf Witwenrente nach dem vorletzten Partner stellen. Mit einem rechtskräftigen Urteil des Gerichts muss man das natürlich gegenüber der Rentenversicherung nachweisen. Die vorher steuerfrei gezahlte Witwenrentenabfindung wird bei einem Anspruch auf Witwenrente nach dem vorletzten Ehegatten allerdings einbehalten. Damit soll vermieden werden, dass Leistungen doppelt gezahlt werden. Hier nochmal vier Beispiele, wann es überhaupt zu einer Witwenrente nach dem vorletzten Ehegatten kommen kann. Also erstens, die Ehe wurde durch Tod des letzten Ehepartners innerhalb des ersten Ehejahres beendet. In dem Fall besteht kein Anspruch auf Witwenrente des Verstorbenen. Zweitens, der Verstorbene war nicht gesetzlich rentenversichert, weil er zum Beispiel immer selbstständig war. Drittens, die Ehe wurde aufgehoben und hat es laut Gerichtsurteil nicht gegeben. Viertens, die Eheleute lassen sich scheiden und hatten einen notariellen Ehevertrag abgeschlossen. Die gegenseitige Versorgung ist ausgeschlossen worden. Witwenrentenansprüche hat der Gesetzgeber genau geregelt. So ist für die hinterbliebenen Rente zuallererst der letzte Ehe- oder Lebenspartner zuständig. Nur bei Geringfügigkeit der Ansprüche des letzten Partners kommt eine Witwenrente nach dem vorletzten Ehegatten in Frage. Die Witwenrente nach dem vorletzten Ehegatten ist eine spezielle hinterbliebenen Rente aus dem System der gesetzlichen Rente wegen Todes. Ich fasse das aber kurz zusammen. Die Witwenrentenabfindung bei Wiederheirat ist komplett steuerfrei. Ein Antrag auf Witwenrente nach dem vorletzten Ehe- oder Lebenspartner ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Das wissen viele nicht. Liebe Zuschauer, das waren heute auch schon meine wichtigen Informationen für Sie. Alles Gute und bis zum nächsten Video. Ihre Jutta Martin Wir sehen uns beim nächsten Video. Wir sehen uns beim nächsten Video.